Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Unser Garten ist längst aus dem Winterschlaf erwacht, aber jetzt ist die richtige Pflege wichtig. Wer kennt das nicht? Alles spriesst, aber auch das Unkraut. Wie mache ich jetzt meinen Garten frühlingsfit? Deshalb bin ich hierhin zur grünen Perle der Innerschweiz gekommen. Kurz gesagt in das Gartencenter Hauenstein in Bar. Das Gartencenter wurde 1890 von Herrn Hauenstein gegründet und seitdem ist es immer weiterentwickelt worden. Seit 2009 ist das Gartencenter mit dem Swiss-Garantie und Swiss-GAP zertifiziert. Das zeigt Nachhaltigkeit und gibt uns Laien ein sehr gutes Gefühl. Hier gibt es wirklich alles, was das Herz begehrt. Es gibt verschiedenste Stauden, Laubhölzer, Zier- und Alleebäume, Schling- und Kletterpflanzen, Bambus, Rosen und Obstbäume. Besonders wichtig ist natürlich die Gartenpflege. Hier arbeiten Gartenprofis, die sich mit dem schönen Grün sehr gut auskennen. Wenn wir also nicht so einen grünen Daumen haben, können Sie uns sicherlich viele hilfreiche Tipps und Tricks für unseren Garten verraten. So, dass auch unser Gartenbald so schön blüht. Das Einzige, das uns jetzt noch schwerfallen könnte, ist die richtige Blumenwahl, hier im Gartencenter Hauenstein in Bar zu treffen. Denn die riesige Auswahl macht es uns sicherlich nicht leichter. Ah, und übrigens, der Frühling ist gefährlich. Die Bäume schlagen aus und der Rasen schiesst aus dem Boden. Tschüss!